Das Winterdorf der Stadtwerke Döbeln wird um fast zwei Monate verschoben, das teilte das Unternehmen Ende Oktober mit. Grund für die Verschiebung sei die derzeitige Entwicklung bei den Corona-Fällen und die drohenden Einschränkungen. Nach Aussage des Unternehmens komme eine 2G-Regel nicht in Frage, diese sei für die Stadtwerke nicht umsetzbar und man wolle niemanden ausgrenzen, sagte Geschäftsführer Gunnar Fehnle. Das Winterdorf soll vom 21. Januar bis 27. Februar nachgeholt werden. Mit der Absage des Winterdorfs entfällt auch der verkaufsoffene Sonntag der Döbelner Händler am 28. November, denn dieser muss immer an einen Anlass gebunden sein und das wäre die Eröffnung des Winterdorfs gewesen.